In ShowHeads Personen News 2523 mit Gerhard Lippert, Javed Barna, Laurent Rousseau, Burkhard Gantenbein, Bettina Hornung und Marco Gerhard. Gerhard Lippert steigt zum 1. Juni 2023 als Senior Consultant bei der Fonds Finanz ein. Lippert ist ein Vertriebsexperte, hat mehr als 30 Jahre Erfahrung und war zuletzt 10 Jahre Vertriebsvorstand der STV. Javed Barna wird seine Vorstandsmandate bei der Zurich zum 30. Juni niederlegen. Ulrich Christmann wird jetzt das Ressort Privat- und Gewerbekunden und Peter Stockhorst den Bereich Digital Business und Partnersipps übernehmen. Der Rückversicherungsmakler Guy Carpenter von Marsh McLennon hat den ehemaligen Scorechef Laurent Rousseau zum CEO von EMEA und Global Capital Solutions ernannt. Burkhard Gantenbein ist zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Unica gewählt worden. Er folgt in dieser Position auf Walter Rotensteiner, der das Amt 11 Jahre inne hatte. Bettina Hornung wurde zum 1. Juni zum Vorstandsmitglied der Deutschen Familienversicherung berufen. Sie ist verantwortlich für den Bereich IT und ist seit Juli 2019 im Unternehmen. Marco Gerhard scheidet bei der MRH Trove im Zuge der Ressortanpassungen mit dem Ziel einer kompakteren Aufstellung aus dem Vorstand des Unternehmens aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017